Leute, es geht los. Die Bewerbungsphase für Gym Wars ist hiermit officially eröffnet. Um euch zu bewerben, müsst ihr uns ein Video zukommen lassen mit einer Maximallänge von 3 Minuten. Bitte stellt euch am Anfang des Videos kurz vor, Name, Alter, Wohnort und zeigt uns dann eure besten Boxskills in Form von Schattenboxen, Pratzen, Sansa, Kämpfe, aber auch diejenigen, die noch nicht gekämpft haben. Ihr müsst uns einfach nur mit euren Skills überzeugen. Alle von euch, die es schaffen, werden in Runde 2 nach Köln zu uns ins Gym kommen. Hier erwarten euch die verschiedensten Challenges. Wer sich dann durchsetzt, zieht ins Finale von Gym Wars ein. Für diejenigen heißt es dann, let's get ready to rumble. Und das vor Augen wahrer Boxlinging. Wer dann die Jury überzeugt, erhält einen Profi-Vertrag bei Bodo Management. Also schickt uns jetzt eure Bewerbungsvideos. Bitte ladet euer Video auf YouTube hoch. Schickt uns bitte den Link an folgender Adresse. Alle weiteren Voraussetzungen findet ihr unten im Text. Bitte sorgfältig lesen. Die Bewerbungsphase endet, hergehört am 1. August. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wer diese Chance nicht nutzt, der ist selber schuld.